Ja, servus Leute, juhu, weiter geht's mit Donkey Kong 64, mit eurem Sluxy. Äh, das Wochenende ist rum, scha- oh, was war da mal denn hier? Schade, ähm, es ist Sonntagabend und ich dachte mir, ja, komm, machst du noch mal ne Aufnahme? Ich war mal wieder das ganze Wochenende unterwegs. Bin zu nix gekommen, es tut mir auch leid. Oh, da komm ich jetzt schlechthin, innerhalb von 30 Sekunden. Und ja, das ist jetzt, ja. Hier haben wir schon mal die Eins, egal, wir spielen jetzt einfach los und machen uns nix draus. Ah, ich bin hier hoch, okay. Gut, schon mal nicht geklappt. Ähm, was soll's, aber ich hab's getroffen, egal. Ne, was wollte ich sagen, wir sind hier im, da unten kratsch, wir sind hier in der neuen Welt. Ich freu mich, denn, um drei, höhö. Oh mein Gott. Denn, ihr habt alle drauf gewartet, ich auch. Die alten Levels hier, die holen wir jetzt im Hals raus. Steht ihr jetzt mal, weil da drüben? So, mit Tiny, hab ich angefangen. Mit Tiny hat ja schon die Blaupause, das ist so viel wie ne Banane, sehr gut. Das war so klar, dass das wieder passiert. Ähm, ja, Gott sei Dank. Es scheint ein Wasserlevel zu sein. Also, ich... Ach, dann leck mich halt am Arsch. So. Ich bin ja nicht gerade der größte Fan vom Wasserlevel, aber... Man weiß ja nie. Ah, da oben hör ich schon die Geräusche vom Haus, da kommen auch noch nicht hin. Hier haben wir Chunkies Lab. Gut. Einen neuen Trank. Mangel des Talent. Nein, hier gibt's nichts Neues. Hier gibt's nur diese... Dieses Bonusspiel für die 15 Bananen-Medaillen. Das ist doch mal voll kacke jetzt hier. Ich hab gedacht, wir kriegen was Neues. Ja, gut, wenn du mir Energie da lässt. Aber... Dann halt nicht. Na gut. So, geh ich mal hier rein. Oh. Äh, Jungs, macht mal langsam jetzt. Gibt's hier noch irgendwas für ne arme, kleine Tiny? Nee. Das ist schade. Hier gibt's wirklich nur die eine Banane noch? Na, okay. Ein letztes Mal versuche ich sie zu holen. Das hat ja nicht ganz sollen sein. Cool. Immerhin bin ich schon mal da drüben. Hab's so. Und tschüss. Gehen wir hier wieder raus. Hier können wir noch nicht viel gewinnen. Ja, okay. Ich muss langsam mal irgendwie was machen. Hä? Geht's denn hier lang? Nee, ich komm hier nicht weiter. Ich muss den Charakter wechseln. Oh, wir nehmen mal unseren Liebling hier. Junkie. Hä? Junkie. Ach Gott, die zwei. Die hab ich auch. Ach, okay. Na gut. Cool. Junkie. Ein paar Münzen. Ach Gott, ich hab ja... Junge, du nervst. Und bis er verdammt schwer zu treffen, hat ja jetzt mal einer gesagt. Einfach mal brachial drauf. Irgendwas wird schon drin sein. Jawohl. So geht das. Terrortriangel. Und da haben wir ja auch die Banana. Sehr schön. Also, Junkie macht's erste. Eins zu null. Eins zu null, 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 null. WC-Stein. Ja, okay. Schlechte Witze beiseite. Halt, das war die falsche. Nee, ich hab's dann weder nicht. Ja, Slagsy muss noch viel üben in der Sache. Yo. Boah, der Ananas Atomisator. Sieht ja nicht einfach riesig aus. Aber mir hat mal jemand einen Tipp gegeben. Ich sollte beim Visieren doch Z gedrückt halten. Dann geht es langsamer. Hey, vielen Dank für den Trick. Es funktioniert. Da bedanke ich mich doch recht herzlich. Es ist zwar schon etwas länger her. Leider weiß ich nicht mehr, welche Abonnenten es war. Aber ich denke mir, er wird sich schon melden. Zwinker. Wir gucken aber trotzdem spaßeshalber mal, ob es für Junkie vielleicht was gibt. Oder für wir wirklich gar keinen der Affen. Das wäre ein bisschen schade. Nee. Es ist echt schade. Dann lernen wir hier in diesem Level leider keine neuen Moves. Aber was willst du machen, kannst du alles haben. Oh nee, komm, das lassen wir lanky. Hier hat er schon zwei Bananen. Hoppala. Bananenballons, wollte ich sagen. Nee, ich rede aber auch wieder eine Kacke zusammen. Man merkt, dass es Sonntagabend ist. Was heißt Abend? Nacht. Hier. Elf Uhr oder so. Ich komme auf dem Rückweg. Das wäre nicht der Rückweg. Hier? Nein. Hier? Nein. Gab es noch? Ja. Ananases. Was ist das? Ananas? Was ist der Plural von Ananas? Ananesse? Nee. Ananasas? Eine Ananas, zwei Ananas. Ich glaube, Ananas ist es schon die Mehrzahl von Ananas. Ach, das weiß ich. Cool. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Okay. Dann halt nicht. Immerhin mal die Tür aufgemacht. Das ist ja schon ein Erfolg. Okay, aber ich glaube, um wirklich effektiv mal weiterzukommen. Ich vergesse es später sonst noch. Ich vergesse es später sonst noch. Das kann ich ja nicht machen. Ohne Scheiß. Wir sind hier wieder mit unserem Liebling unterwegs. Dem Gummihuhn. Äh, Lenky Kong. Das war auch falsch. Das war Donkeys Ecke. Ich hole mir, weil die Kampf-Arena und die beiden Bananen-Ballons. Wird ja wohl noch erlaubt sein. Z gedrückt, halt nen Trick. Und es funktioniert. Tadellos. Geil. Disco. It's you. Und mehr Gritter-Crash. Alter. So, ich freue mich. Ich will eigentlich den hier machen, aber okay. Nö, der macht es einfach irgendwie nicht. Dann, wenn es drauf ankommt. Okay, jetzt nochmal Spaß beiseite. Ich clashe so einfach irgendwie weg. Was soll's. Und das bringt schon mal gar nichts. Und das bringt schon mal gar nichts. Und das ist auch schon mal, wenn es nicht. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht so stark eingeschützt hier. Also, in der Masse machen sie's doch. Ich kann noch ein paar Sekunden durchhalten Und ich hab die Krone Sehr gut, starke Leistung, Alter Boah, das war jetzt aber Ui, ui, ui Augen zu ihm weg hier Tja, da bist du halt selbst in die Luft geflogen Ich glaub, Didi mit der Peanut-Pistole Konnte das Boah, was ein Vieh, ne Das hier aufschießen Dann gehen wir in den großen Raum Jetzt endlich mal nach 10 Minuten Die ich beim letzten Mal So toll angekündigt hab So, Freunde Hier sind wir Guck mich erst mal um Da ist ein Wrack Unter uns sind ganz viele Versoffene Dinge Gehen wir zuerst mal Richtung Höhle Mal gucken, was es da gibt Oh, Didis Bananen Das ist ja schon mal super Ja, und ein DK-Tor An dem wir noch nicht weiterkommen Na gut Oh, wen haben wir denn hier? Oh Gott Den wir noch nicht aktivieren können Ist klar Und hier haben wir die 5 Super Das sieht sehr interessant hier aus Und Bruchteile liegen hier rum Oh, ich muss niesen Achtung Gar ein bisschen zu spät Ich weiß Gibt's denn da Amory was Neues? Check mal diesen Munitionsgürtel, Didi Könnt ihr mir die Ja, klar hermit Komm, ich hab's ja Alle Kongs Munitionsgürtel 1 Cool, jetzt hast du 100 Schuss Fett Immerhin Mehr Munition heißt Mehr Munition heißt Mehr Munition Oh Da unten sind die die Münzen Praktisch Na hoch da Äh, die Posaune haben wir nicht Die Bongo-Trommeln auch nicht Die Jazz-Saxe Ah, da ist die E-Gitarre Alles klar Her mit Juhu Tor Nummer 2 geht auf Oh, hoffentlich nicht auf Zeit Äh, ich hab's noch heraufbeschworen So, aber Slag sind nicht ganz doof Weiß natürlich, wo das Haus steht Beziehungsweise blubbert Nämlich dieses da Bei der En-Guard-Kiste Und hier ist die Tür offen Ha, genau Die richtige Öffnung gefunden Hey, super, rein mit ihr Äh Ich seh nicht viel Oh, das Licht geht an Schön, danke Ja, da ist so ein geiler Gubbelfisch Wie in Donkey Kong Country Äh, 2 In der dritten Welt Ich glaub auch im dritten Level Das weiß natürlich jeder Bescheid Das ist echt geil gemacht hier Sowas mag ich, ja In so einem verschlummerten alten Schiff Oder was das sein soll Umfuhrwerken Gehen wir mal direkt hier Hier gibt's ja keine Bonusaufgabe Es gibt da noch genau die Viecher Viel früher Oh, geil Cool Panik Was soll ich machen? Okay Ich frag mich wie ich an die da in der Luft kommen soll Jetzt mal wieder unten alle holen Wie in der Mitte natürlich So, jetzt im Innenring Warte mal Es ist natürlich beschissen Wenn du von Seestern Verfolgt Ohne Flach Wie komm ich mal an die Die liegt ja immer arg bescheuert Hallo Die, die macht doch mal langsam jetzt Okay, ich hab sie Wo ist die letzte? Ja, der Hochangeln Nein Nein Ich hetze Oh, Hacke Oh, komm schon Oh, das ist mies Oh, komm schon Wo ist Wo ist es hier? Kamera mal wieder Dein größter Feind, ey Achso, ich glaub Die muss ich als letztes holen Oder wie, oder was? Oh, das habt ihr euch ja fies ausgedacht Ihr Säcke, ne? Oh, ihr Schweine Na warte Ich schaffe Ja Per Zufall irgendwie reingeglitcht Keine Ahnung Okay, Zeit lassen Du hast Zeit Slugs, mach langsam Und ich hab sie Jawoll, Ibad Und Banane her Geil So, Freunde Wir haben alles Ah, da hinten die Staudu hole ich noch Hoppla Ja Beim nächsten Mal geht's weiter Euer Slagsi Tschö, Bede Tschö medidas Bis zum nächsten Mal Tschö